Ja, die Alternative wäre natürlich, dass ich ihn mit der Bertha abgeschossen hätte, aber das ist sehr, sehr spannend. Und jetzt heißt es schon, dass wir jetzt noch mal die Bomberhauke geschießt haben. Ja, die Bomberhauke geschieht, dass wir jetzt noch mal die Bomberhauke geschieht, dass wir jetzt noch mal die Bomberhauke geschieht. Die Bomberhauke geschieht, dass wir jetzt noch mal die Bomberhauke geschieht. Jetzt bevor es kaputt geht, einfach noch mal crashen. Die Bomberhauke geschieht, dass wir jetzt noch mal die Bomberhauke geschieht. Die Bomberhauke geschieht, dass wir jetzt noch mal die Bomberhauke geschieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 das würde der dreier sein wenn wir machen mit einer energie direkt auf 100 prozent auswahl die stark davon aus man kann ja wesentlich mehr energie haben als ich gerade momentan habe ich kann hier theoretisch aber anscheinend gar nicht mal so viel ich weiß gar nicht wie viel war beim grauen mark es war echt nicht viel was man da kriegt ja Ich weiß gar nicht, ob man von denen überhaupt die Dreier haben kann. Ich meine, da war noch irgendwo was, aber ich weiß jetzt echt nicht mehr was. Irgendwas war hier, glaube ich. Das ist nichts. Also ich sehe von hier oben nichts. Wir haben hier echt schon wieder alles. Echt? Das war hier nicht viel neben. Das ist aber wirklich wenig. Naja, immerhin ein paar neue Artefakte drin. Der Sammler auf 2 aufgewertet hat noch eine rote 2er dazu bekommen. Ja, dann war das wohl alles. Aber dann geht's halt weiter. Ja. Das kommt dann. Das ist ein Level, wo ich die ganze Zeit nur Flugzeug fliegen darf und ohne meine Insel auskommen muss. Der wird mancher soo gern. Weil da so ein total tolles Try and Error drin ist. Jetzt wird mir sowieso erstmal meine gesamte Insel zusammengebombt. Und ich kann nicht mehr was dagegen machen. Und da sind hier nicht mehr soRead. Die Stube die Stube. Und ich bin dieser Stube. Dann geht's mal drauf. Und dann geht's mal auf rote.